Rentable Immobilien im Internet finden ist nicht ganz so leicht. Dort gibt es nämlich sehr viel Konkurrenz und die Preise sind hoch. Daher wollen viele Anfänger Tipps, wie man günstige Off-Market-Immobilien bekommt. Und da muss ich nochmal sagen, es gibt keine Off-Market-Wunderpille. Die Idee, alle Schornsteinfeger oder alle Gerichtsvollzieher anzuschreiben, die hatten auch schon fünf andere vor ihnen. Wenn man also Off-Market-Immobilien kaufen möchte, dann läuft das zu 95% nur über ein gutes und eigenes Netzwerk. Man muss also erstmal zwei, drei normale Deals machen. und sich dann ein Netzwerk aus Bankern, Maklern, Verwaltern, Hausmeistern aufbauen, bevor man dann solche Deals angeboten bekommt. Ich selber habe von meinen 73 Immobilien nur sieben Stück Off-Market gekauft und alles von Leuten, mit denen ich schon mal Deals gemacht habe. Also suche nicht die perfekte Off-Market-Immobilie, sondern kaufe erstmal eine ganz normale Immobilie auf ImmoScout.